meine lieben freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren folge des let's play notruf sammlator feuerwehr 2 wir sind bei einem fleck geradeaus gerückt davor ist ein kleiner umfeld der wirklich nur für 3.000 mal hier mit dem spiel und in 3000 folgen gefüllt ja auf jeden fall ist jetzt weil mit der spiel wir setzen uns mal hin um einsatz mal zu gucken kann man nicht setzen okay interessant achtung hilfeleistung v3 einsatz für lf24 rtw1 nef1 waldstraße einfach notarzt dabei leute ist ein großer verkehrsunfall alter schwede da wollte ich rübenfrau sein ich keinen bock zu fahren das wird das erste v3 krass das gibt v1 diese sind mit der 1 2 3 4 4 fahrzeugen unterwegs kannst du mal von ach er ist die einsatzleitung muss vor vor jetzt wir der rtw und die beiden krass das muss ja richtig schlimm sein noch nie so ein neueres gab es nie nein habe ich nicht das ist der pol 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 der dürfte so schnell was die 100 stück blinker wenn ich wieder hier ja mein Gott hallo ich hab mein nächstes Läden und Läden ne Läden und Läden nicht ich hab's gesagt sagt mir das ist wieder im Wald oder das Auto war im Wald oh das ist ein bisschen ok sehe ich hier nicht was ist das denn Ricken Bierkontainer das war brennt wow da haben wir echt ein dicker dicker drum ne das war wirklich so Digga wo gehen wir den hin im Wald aber da muss ja was krass passiert sein Pika lief von der Straße ab ach komm aber wieso sind vier einsatzdinge aber alle mir ok da vorne ist es Leute mach schauen was da uns erwartet über die Maasache Läden und Läden und Läden oh oh wird Personenfälle eingeklemmt oh oh kann ich mich nur noch retten ne ne ach so gut ich weiß wieso nicht losfahren oh man er braucht einen Rettungsvorgang ja erst jetzt das war nicht meine Absicht also das war nicht meine Absicht dachte okay wir haben einen Verkehrsunfall schwer schwere Verkehrsunfall mit eingeschnappter Person so machen wir erstmal Absitzen 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 kann er ja nicht Brandbekämpfung ja Glühzuche sichern Brandsturz Kühlspitze hier das haben wir haben wir noch jetzt wird immer gearbeitet hier jetzt wird immer gearbeitet hier wieder auf 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 Trrrr 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 Etter weh Nein Jungen Freak Trrrr Die absetzen lassen Wenn sie jetzt können Trrrr 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 In lon Hallo Wohin Ok Da war immer Typisch Ich hab's raus Hä? Jetzt läuft der einmal komplett rum ne? Leckst du den Müller? BOSCHNINE, BABYLAND 12 Nö, du bleibst der Leckst du den Müller? Da ist eine Rückseite Leckst du den Müller? Leckst du den Müller? Da! Ja! Nö! Guck mal, guck, Alter Wie so ne Schildkröte, Alter Gar nicht genug was machen Wollen ich noch irgendwie Ne, zusammenpacken Der ist gleich an die Ich habe ihn direkt mit hat Hörener von mein Kolder Keen Mann! Wie soll ich die andere Sachen bringen? Ach, Lee? Nee, nee, nee Wann ich nicht? Die Maschine überm'llowhm Rappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappapp Könntest du schon einen Absatz-Vollkontroll-MT eingeleitet worden? Das ist bestimmt Ende. Abruppen. Der fährt ja, der fährt ja wirklich. Wir können ja auch so fahren, mann. Ich kann dir das nicht durchsagen. Hallo, ist das so kompliziert für euch? Ja! Ich kann sagen, Mamma mia. Ich hab auf die Zunge gewehrt. Äh... Ah, ich liebe es. Ja, wieder auf die Zunge gewehrt. Egal. Ah, voll keine mit Wucht. Ah, weißt du das wie... Ich glaub ich will mich kranken bauen. Ich hab einfach die Zunge gewissen, das ist der erste Grund. Wieso ich mich kranken lehnen, Leute? Ich bin jetzt hier. Ich mach noch zwei Folgen und dann geh ich auch schlafen. Also geh ich mir sehr weg. Ah! Mamma mia. Ähm, 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 ähm... Okay, schon. Ich hab mir so lange gedacht, dass wir haben wir mit dem ganzen Durchzug fast im Fahrrad. Das wird nur Drehleiter und das Haus. Und der hier natürlich. Halber durchzucken. Kann auch sagen, wer und will. Äh... 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 Ich war noch eine Folge. Mit der Leicht dann auch jetzt hoch alle. Morgen kommen die dann halt online. Das war heute Morgen. Das war heute Morgen. Da müssen wir vorne links. Dritte Spur links. Und dann sind wir da. Oh! 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 Und weißt du was? Ich wechsel zum Fahrrad. Ich will fahren. Schade voll. Ne! Wieso? Wieso? Der biegt hier. Der bitte gähn her biegen. Guck mal! Du hast ein Arsch geig. Du bist dran, ja? Dimmst du mal hin? Ich mach den hier. So blickig. Handy Ha 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 Was auch passiert Ding dong Motherfucker rods Hip eigentlich mal was neues mann nicht immer die gleiche neben mir ausziehen kommt das will man nicht ich habe jeden fall dank fürs zuschauen ich hoffe ich hat es spaß gemacht zu zuschauen ich hoffe euch gefallen die folgen und lasst gerne abon da das würde mich echt freuen wirklich und vielen dank noch mal an euch allen dass ihr mich unterstützt habt naja dass wir jetzt mehr sind als wir am anfang waren dafür will ich noch mal danke sagen und wir sehen uns der nächsten folge noch hier wieder und